Einen vernünftigen Lederschuh für knapp 150 Euro, beabsichtigterweise ohne Gore-Tex-Membran und mit einer kleinen Kevlar-Schicht unten in der Fußsohle. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Tja, meine Freunde, das ist der Vagabund von Pravos. Mein Name ist Alvo, ich bin gerade mal unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Den Schuh hier habe ich zugeschickt bekommen von Sicherstadt.de, vom Aeromir. Den sollte ich ein bisschen für euch testen. Da bin ich jetzt gerade dabei. Das ist jetzt sozusagen erstmal nur ein Hands-on, wie der erste Eindruck insgesamt ist. Ich war jetzt auf ein paar kleinen Wandertouren mit dem Schuh unterwegs. Natürlich kriegt ihr noch mal ein langes, schönes, großes Video, wenn ich mir eine genaue Meinung gebildet habe. Was haben wir hier bei diesem Schuh genau für ein Modell? Es gibt den Pravos-Schuh in Beast-Modell, in Vagabund-Modell und in Prepper-Modell. Das Prepper-Modell ist ein richtiger kleiner Panzer. Ich wollte mehr so ein Vagabund haben, also im Vagabunden-Stil. Und ich finde schon mal, die Optik ist auf jeden Fall sehr schön gelungen. Auch mit dieser Lasche hier vorne und das Einsteigen, das fühlt sich sehr angenehm an. Und es sieht auch so ein bisschen Landstreicher-mäßig aus. Natürlich ist es ein besserer Schuh als ein ganz normaler Landstreicher, der sich normalerweise leisten kann. Aber die Optik passt dazu sehr gut. Typisch Naturbusche, würde ich dazu sagen. Wir haben unten eine Vibram-Sohle, die ordentlich rutschfest ist. Ich konnte es jetzt schon ein paar Mal testen, bin auch ordentlich durch Schlamm-Lawinen sozusagen durchgewandert hier im Wald. Wir machen gerade eine ordentliche Tour. Und da ist eine Kevlar-Schicht mit drin. Die werde ich demnächst noch für euch testen, denn die ist dann trittsicher, zum Beispiel für Nägel und allerlei. Was ihn für mich auch nochmal besonders interessant macht für Lost-Place-Besuche etc. Die natürlich bei bestimmten Jahreszeiten stattfinden. Nicht immer unbedingt im totalen Winter, sondern dieser Schuh ist auch ein bisschen gedacht dafür, um ihn im Sommer benutzen zu können. Wie er jetzt gerade auch ansteht. Ihr seht das, ich bin das erste Mal wieder ohne meinen Anorak sozusagen draußen. Nur mit Weste und T-Shirt. Und beim Wandern funktioniert das absolut. Im Hintergrund spielen Frau und Hund gerade zusammen ein bisschen rum. Da kann ich ein bisschen arbeiten und euch ein bisschen was zeigen. Ansonsten haben wir hier Nubuk-Leder. Ist das klassische Schuhmaterial. Ich glaube, ich kenne kaum noch einen Wanderschuh oder einen Schuh, der fürs Wandern gedacht ist, wo nicht Nubuk-Leder benutzt wird. Das ist einfach ein sehr strapazierfähiges, schon mal wasser- und dreckabweisendes Material, was ich sehr schön finde. Haben auch andere Wanderschuhe von mir. Ich kann nur positiv darüber berichten. Der Schuh ist von selbst nicht imprägniert. Das heißt, wenn ihr über diese Gummikante vom Schuh, von der Sohle sozusagen eine Wasserdichtigkeit, also eine richtige Wasserdichtigkeit erreichen wollt, dann müsst ihr ihn nochmal imprägnieren. Das ist aber tatsächlich auch bei eigentlich allen Wanderschuhen, die ich mir bis jetzt so gekauft habe, dass sie nicht von einfach an imprägniert sind, sondern höchstens eine Gore-Tex-Membran haben. Und da sind wir bei diesem Schuh beim Stichwort. Dieser hat nämlich keine Gore-Tex-Membran. Darauf wurde absichtlich hier drin verzichtet, eine reinzutun, weil er wie gesagt eben auch genau mit unter anderem als Sommerschuh gedacht ist. Das heißt, eine Gore-Tex-Membran hat natürlich die wunderbare Eigenschaft, dass sie relativ wasserdicht ist und gleichzeitig den Schweiß nach außen leitet. Wenn jetzt aber gar keine Gore-Tex-Membran drin ist, also an sich keine besondere Membran, dann ist er natürlich atmungsaktiver als mit Membran. Das heißt, eine Gore-Tex-Membran ist natürlich nur ein Mittelweg zwischen ich möchte wasserdicht haben, ich möchte Atmungsaktivität haben. Wenn ich aber volle Atmungsaktivität haben möchte, ist natürlich jedes Material, das zusätzlich dazwischen ist, zwischen der Hautschicht von meinem Fuß sozusagen und der Außenluft, natürlich störend, auch wenn es ein gutes Material ist. Und das ist hier so gedacht. Das heißt, man hat bewusst darauf verzichtet. Und dort, wenn man den Schuh imprägnieren möchte, also rundherum wasserdicht machen möchte, dann kann man das natürlich mit einer Vollimprägnierung tun. Ich habe auch mal ein kleines Video darüber gemacht, wie was imprägnieren überhaupt ist und wie man das ein bisschen macht. Schaut da gerne mal auf meinen Hauptkanal oder hier oben aufs kleine Ausrufezeichen. Natürlich wird auch eine Einlegesohle mitgeliefert. Bei der weiß ich noch nicht so genau, ob ich sie so gut finde wie zum Beispiel die Meindel-Einlegesohle. Da werde ich noch ein bisschen gucken müssen mit dem Fußklima etc. Aber ansonsten finde ich den Schuh schon mal sehr schön. Ich werde ihn demnächst auf einer langen Tour ordentlich benutzen. Und vielleicht behaltet ihr den ja auch im Auge. Unten findet ihr natürlich einen Link zu www.sicherstatt.de. Da könnt ihr einfach mal reingucken, wenn ihr allgemein Interesse an dem Schuh habt, ein paar Informationen haben wollt. Und wie gesagt, ich werde ihn jetzt ausführlich testen und euch natürlich ein schönes, ausführliches Video später geben. Ich hoffe, das Video hier hat dir gefallen. Links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken. Da geht es um Ausrüstung wie immer auf diesem Kanal. Unten in der Beschreibung findest du alle Infos, die du haben möchtest. Auch über Social Media etc. Ansonsten sage ich, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.